Funktionieren bei allen die Kräfte? Ja. Ich schnuppere die gesamte Technik im Umkreis von acht Kilometern. Danke, Barry. Du hast uns gerettet. Gut gemacht, Kleiner. Nicht gut genug, wie es scheint. Geht alle wieder rein und ihr erlebt den morgigen Tag. Der Einzige, der sich Sorgen machen sollte, ob er das hier überlebt, sind wohl Sie. Sie kommen ohne Kavallerie. Niemand wird sehen, was hier abläuft. Hier sind nur Sie und wir, Wolf. Ihr wollt Rache? Das ist verständlich. Da ist nur eins. Wenn ihr nach Rache dürstet, dann fangt am besten bei Flash an. Barry Allen ist Flash. Er ist der, der euch hinter Gitter gebracht hat. Und der euch zweifellos nach eurer Flucht wieder schnappt. Sicher ist das die ganze Zeit sein Plan gewesen. Ist das wahr? Ich werde dich wie eine lästige Mücke zerquetschen. Aber nicht so schnell. Dafür werden wir uns Zeit nehmen. Flash auf den Knien. Es gibt anscheinend doch noch Gerechtigkeit. Mal sehen, wie schnell er laufen kann, wenn er so groß wie ein Floh ist. Stopp! Stopp! Was wird das, Winzling? Ich entscheide mich, wer ich bin. Ihr werdet ihm nichts tun. Dann schließ dich uns an oder geh uns aus dem Weg. So oder so, er gehört uns. Viel Glück dabei. Sag dich doch. Nur verwunden. Tod nützen sie mir nichts. Und mir erst recht nicht. Ami und Hatt, sie sind früh hier. Und Sie, Wolf, sind ganz wie ich vermutet hatte, ein Lügner, der offensichtlich völlig überfordert ist. Aber egal. Ich werde das Chaos für sie aufräumen. Tretet beiseite, Männer. Mami muss mal wieder ran. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Die Kräfte funktionieren nicht. Meine auch nicht. Er muss uns mit irgendwas bestrahlt haben. Wer zum Teufel bist du? Ich bin euer Schicksal. Nein! Hilf... mir! Zu spät, Mr. Alan. Oh, was für ein unscheinbarer Körper. Trotzdem wird er mir nützlich werden. Nicht so schnell, Direktor. Mein Körper werden Sie nicht übernehmen. Ich will Ihren Körper nicht. Ich will Ihr Leben.